Hallo liebe Leute, ich bin Patrick Dittmar von KajakGuru und wir melden uns von der Boot- und Pfannmesse in Berlin. In diesem Video geht es einmal darum, euch die tolle Neuigkeit zu unterbreiten, dass wir die Generalvertretung von Seabird ab sofort leiten. Das bedeutet, wir sind Ansprechpartner für alle Angelegenheiten von Seabird Kayaks für Deutschland, Österreich und Schweiz. Wenn du ein Kunde bist, bist du natürlich bei uns auf der einen Seite super aufgehoben, weil wir natürlich den direkten Kontakt haben. Das bedeutet aber auch, in Zukunft werden wir dafür sorgen, dass alle Ersatzteile, alle Produkte von Seabird im Deutschen, Österreichischen und in der Schweiz auf dem Markt zur Verfügung stehen. Wenn du das siehst und du hast eine Verleihstation, bist vielleicht im Kajakverein oder bist vielleicht auch Fachhändler oder willst einer werden, kannst du uns gerne kontaktieren und Teil der Seabird- bzw. Kajak-Kurofamilie werden. Für Vereine haben wir ganz spezielle Angebote, wenn ihr zum Beispiel ein paar Kajaks mal durchtauschen wollt oder generell du als Vereinsmitglied ein neues Boot brauchst, kannst du natürlich auch als Privatperson bei uns auch einen Kajak kaufen. Wir beliefern Verleihstationen europaweit. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie coole Kajaks brauchst für Wanderausflüge, Tagesausflüge, hat Seabird da auch die passenden Angebote für dich, für euch und natürlich auch als Händler. Das bedeutet, wenn du Händler werden möchtest oder vielleicht sogar auch bist, bist du bei uns auch an der richtigen Adresse, denn wir haben in Deutschland natürlich auch ein großes Warnlager, auf das du zurückgreifen kannst. Wir können alle Reklamationen für dich abwickeln, die jetzt nicht so häufig vorkommen glücklicherweise. Und wir stellen euch auch ganz viel Social Media Werbung, natürlich auch ohne Kajak-Kurofamilie zur Verfügung, dass ihr bestmöglich die Produkte präsentieren könnt und eure Kunden dementsprechend auch informieren könnt. Ich persönlich freue mich darüber sehr, weil ich auch zu Seabird eine ganz besondere Verbindung habe. Wir als Kajak-Guru GmbH und Seabird stehen immer wieder super Austausch zueinander. Das heißt, wenn ihr mal Kundenfeedback habt oder wir Kundenfeedback von euch bekommen haben, besser gesagt, können wir das auch direkt an Seabird weiterleiten. Und das ermöglicht uns, die Produkte immer weiterzuentwickeln, besser zu werden und halt auch auf eure Wünsche weiter einzugehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei uns im Shop vorbeikommt oder auch an den Verleihstationen, da könnt ihr auch überall Seabird-Kajaks auch testen. Oder wenn du als Verein, als Verleiher oder als Händler uns kontaktierst und wir vielleicht gemeinsam Seabird ein bisschen größer werden lassen. Ich freue mich sehr, bin gespannt, macht's gut.